Hi, herzlich willkommen zurück zu Pandas. Heute mit dem, was ihr vielleicht aus SQL kennt. Und das habe ich ja schon länger angekündigt. Wir haben nur ein bisschen mehr Vorwissen gebraucht, als wir bisher. Denn ich bin mir sicher, ihr werdet mir zustimmen, wenn ich euch sage, SQL-Joints und so weiter sind nicht immer das Einfachste. Und das ist halt das, was wir mit Pandas am besten machen können. Also klar, wir haben schon quasi Select, Wear und so weiter kennengelernt. So was in der Art. Es hieß sogar teilweise Wear. Aber Joints haben wir bisher noch nicht kennengelernt. Und sie heißen nicht Joints. Sie heißen in dem Fall Merch. Aber deswegen heißt auch die Datei übrigens Merch. Es geht. Es geht relativ leicht. Und wir sagen es hier einfach mal DF. Und ich habe die Dinger hier sogar schon L und R genannt für Links und Rechts oder Left, Right, wie ihr wollt. Und die Funktion, wie gesagt, ist pd.merch. Jetzt habt ihr hier einen ganzen, ganzen Haufen Möglichkeiten, damit umzugehen. Und die will ich euch jetzt in diesem Video zeigen. Erstmal das einfachste Beispiel. Schaut euch mal die beiden Data Frames an. Wir haben jeweils zwei Irgendwasse. Also A und B und C und D. Also wir haben hier quasi zwei Spalten, die irgendwas beinhalten. Was wir aber auch haben, ist eine ID-Spalte. Das muss nicht die ID-Spalte sein. Die kann heißen, wie sie möchte. Das sehen wir gleich. Und sie kann vor allem auch beinhalten, was sie möchte. Also wir können hier auch irgendwie I0 für die ID 0 haben. Ich bin es nur gewohnt, mit sowas zu arbeiten. Ich habe es jetzt hier aber tatsächlich absichtlich als String gemacht, damit ihr seht, es müssen keine ID-Zahlen sein. Okay. Und hier können wir jetzt die beiden einfach mergen, indem wir sagen, mach mal bitte ein Merge von links und rechts. Und zwar mit folgendem Schlüssel. Das bedeutet, unser Schlüssel ist in dem Fall einfach ID. So. Was hierbei rauskommt, das printen wir uns mal aus. DF. Und wie die beiden oben aussehen, die haben wir ja nicht verändert. Das sollte klar sein. So. Das muss ich ein bisschen größer machen. Okay. Also wir sehen hier, die ID ist 0123. Wer hätte es gedacht. Und dann kommt A und B. Das heißt, einmal A mit der Spalte, B mit der Spalte, C mit der Spalte und D mit der Spalte. Das heißt, die ID-Spalte hier bei rechts ist verschwunden. Oder die bei links. Die waren ja quasi identisch. Deswegen sind die sozusagen verschwunden. Und das bedeutet für uns, wir haben hier, also ihr könnt euch das so vorstellen, wir haben eine User-Tabelle. Ja. Das habe ich ja schon mal gesagt. Wir haben eine User-Tabelle zum Beispiel mit der Spalte Adresse, Wohnort, E-Mail-Adresse und so weiter und so fort. Das wäre die eine Spalte, quasi die User-Datenbank. In der anderen Datenbank speichern wir uns nicht nochmal den User, damit die Datenbank eben hochperformant laufen kann. Sondern wir speichern uns eben nur die ID des Benutzers. Und alle Informationen zum Benutzer finden wir dann aus unserer User-Datenbank, also L. Aber in der anderen Datenbank steht zum Beispiel bei einem Online-Game irgendwie die Abschüsse, die Kill-Deaf-Ratio, die Spiel-History, whatever. Solche Sachen stehen dann da drin. Und natürlich habe ich dann hier verschiedenste Möglichkeiten für diese Tabelle, wie die aussehen kann. Aber was ich immer habe, ist ich habe eine User-ID zum Beispiel und kann hier, wenn ich mal tatsächlich die Information brauchen sollte, falls ich zum Beispiel eine E-Mail schicken möchte oder ein Award-Vile-Gründe, keine Ahnung, dann kann man hier natürlich die beiden Tabellen miteinander vereinen. Und das ist das Merge. So, jetzt was passiert, wenn wir hier nicht die 3 haben, sondern hier die 4? Dann haben wir ja hier nicht dieselben IDs. Das wäre so der erste Fall, den man vielleicht ausprobieren möchte und sollte. Dann sieht das Ganze so aus. Dann werden tatsächlich die IDs, wo nicht alle Informationen dabei sind, verworfen. Und das kann in eurem Interesse sein, muss aber natürlich nicht. Und ihr seht, es gibt auch sehr, sehr viele, naja, Ähnlichkeiten zu Concert. Das ist klar. Aber es gibt auch kleinere Unterschiede. Und hier sehen wir schon den ersten. Der Standard hier ist ein sogenanntes Inner-Join. Das haben wir schon letztes Mal kennengelernt. Dieses Mal wird es allerdings nicht als Join angegeben, sondern als How. Fragt mich bitte nicht, wieso. Der Standard bei How ist eben Inner. Wenn wir jetzt mal Outer-Join machen, sieht das Ganze so aus. Und ja, dann haben wir hier natürlich die Werte, die wir jetzt nicht haben. Sprich, für ID 3 haben wir C und D nicht und für ID 4 haben wir A und B nicht. Dann werden die einfach ergänzt. So, jetzt natürlich, was passiert, wenn wir R auf L machen? Also R auf L. Also quasi die beiden vertauschen. Ja, dann passiert Folgendes. Ihr habt trotzdem dasselbe Ergebnis. Also die beiden werden gemerged und die IDs, ja, sind halt dann vertauscht offensichtlich. Also 0, 1. Also im Endeffekt habt ihr dasselbe Ergebnis. Ihr habt ja quasi auch nur Zeilen und welche Reihenfolge die Zeilen sind, sind eigentlich egal. Aber ihr habt hier natürlich die IDs vertauscht. Das heißt, die Indizes hier vorne sind quasi anders sortiert. Und ihr könnt jetzt natürlich hierher gehen und nach den IDs sortieren, falls euch das interessiert. Aber ansonsten könnt ihr es auch einfach so lassen. Also im Endeffekt, die Reihenfolge ist natürlich wichtig, weil wir zuerst diese Werte nehmen. Wir sehen auch hier, die Spalten sind C, D zuerst. Zuerst C, D und dann A, B, weil links zuerst als zweites gemacht wurde, nicht als erstes. So, in diesem Sinne kann man aber natürlich noch sehr viel mehr machen. Also ich mache es jetzt mal wieder richtig rum, damit wir von A, B, C, D und von unseren IDs hier nicht verwirrt werden. Nehmen wir an, ihr habt hier zwei IDs. Also wir sagen jetzt hier mal ID 2 dazu. Und hier unten habt ihr natürlich auch ID 2. Okay. Wir lassen jetzt tatsächlich mal die Werte, ähm, nee, wir tauschen einfach mal die Werte. Wir sagen hier mal 0 dazu und hier sagen wir 0 dazu. Und hier sagen wir 1 und hier sagen, hier sagen wir, ja, wobei, lassen wir das genau mal so. Okay. Also was genau passiert jetzt? Nun, natürlich erstmal, wenn ich das so normal laufen lasse, dann wird hier einfach das Ganze so weitergeleitet. Also ID 2, die ist jetzt halt zweimal vorhanden. Dann sagen wir halt einmal ID 2X. Das wird quasi umbenannt für euch. Und ID 2Y. Es wird behandelt, als wären es halt einfach zwei Spalten, die aus Versehen eben gleich heißen. Weil wir natürlich nur gesagt haben, wir wollen auf ID joinen. Also wir wollen nicht mehrere Spalten auf einmal joinen. Aber wir können auch mehrere Spalten auf einmal joinen. Das geht hier. Wir haben ja hier gesagt ON ID. Wir können hier eine Liste von ONs angeben und die kann so lang sein, wie ihr das wollt. Ich würde euch empfehlen, sie nicht allzu lang zu machen. Es kann nämlich sehr komplex werden. Dann sehen wir nämlich hier ID 2 sieht dann auch so aus. ID 2 wird hier eben auch mit gejoint. So, und jetzt ist vielleicht interessant, was passiert ist. Denn wir haben ja hier bei ID 2 schon eigentlich, also wir sehen hier 0, 1, 2, 3, 4. Das sind die verschiedenen IDs. Und jetzt gucken wir mal. Bei 0 haben wir die ID 2 0. Okay, das hatten wir jedes Mal. Also 0 war immer irgendwie 0. Das heißt, also die ID 0 hat immer zu ID 2 0 geführt. Bei der 1 hat es immer zu 1 geführt. Also ID 2 ist dasselbe wie ID 1. Okay, in dem Fall langweilig. Hier genauso. Aber hier hat es sich unterschieden. Aber das hatte ich da schon auch. Ja, lasst mich hier kurz noch was zu Ende bringen. Lasst mich hier vielleicht einmal kurz 1 eintragen und hier einmal 2 eintragen. Dann sehen wir das vielleicht ein bisschen besser. So, bei ID 2, also bei ID 1 ist jetzt ID 2 nicht immer dasselbe. Also ID 2 ist einmal 1 und einmal 2, wenn die ID 1 ist. Äh, ID 2 ist. So, das heißt, hier haben wir einmal den Wert, einmal den Wert. Die unterscheiden sich. Also was haben wir hier drüben? 0, 1, 2, 3. Das sind die hier. Also 0, 1, 1, 1. Das sind die Werte von ID 2. Aber jetzt geht es bei ID 1, also bei der hier, nochmal weiter. Und zwar für jeden Wert, der unterschiedlich ist. Wir haben hier natürlich die 4. Die war davor gar nicht drin. Aber wir haben hier nochmal die ID auf 2 gesetzt. Und sagen hier, die ID 2 wird auch auf 2 gesetzt. Das heißt, wir haben hier zweimal die Möglichkeit, den ID-Wert auf 2 zu haben. Einmal ist dann eben ID 2 auf 1 und einmal ist es auf 2. Also als wäre das sozusagen zwei Spalten. Es wird quasi einfach eine neue Spalte eingefügt. Und das ist jetzt quasi vollautomatisch für euch passiert. Ja, das kennt man auch teilweise aus SQL, falls ihr das mal braucht. Übrigens, das Ganze ist ziemlich, ziemlich schnell. Das heißt, es funktioniert wirklich auch hochperformant, falls ihr große Datenmengen habt. Das ist wunderbar. So, und ja, jetzt wollen wir natürlich noch sehen, wie das Ganze sich äußert, wenn wir hier das How nochmal ein bisschen ändern. Also, wir hatten ja standardmäßig den Inner-Join. Das ist, wenn wir das How einfach weglassen. Beim Outer-Join, seht ihr, wird einfach alles mit aufgelistet. Und die Werte, die halt nicht vorhanden sind, sind dann halt NAN. Wenn wir Inner-Join machen, dann ist auch das wieder so wie gewohnt, die Werte, die vielleicht nicht da sind. Also, auch in diesem Fall die ID auf 2 zu setzen, ist ein nicht vorhandener Wert, weil NANs erzeugt werden würden. Weil hier eben die ID auf 2 würde ID 2 auf 1 bringen. Und hier würde ID 2 auf 2 gesetzt werden. Das heißt, die beiden sind nicht gleich, weil wir eben zwei Keys verwenden. Wir sagen sozusagen bei einem Inner-Join, ID 1 und ID 2 müssen derselbe Wert sein, ansonsten fliegt das Ding raus. Okay, das ist quasi der Inner-Join. So, jetzt gibt es natürlich noch mehr Möglichkeiten. Also, wir haben die Möglichkeit, alles mit NANs zu ersetzen. Das wäre Outer. Wir haben die Möglichkeit, alles rauszuschmeißen, was nicht für uns in unseren Kram passt. Das wäre Inner. Und jetzt haben wir natürlich noch, wie bei SQL auch, den Left-Outer-Join. Also, bei Pandas heißt es einfach nur Left. Das wäre der Left-Outer-Join von SQL. Dann gibt es natürlich noch den Right-Outer-Join. Also, diese vier Möglichkeiten sollte man immer in Betracht ziehen. Und zwar, was heißt Left? Left heißt einfach, man nimmt nur die Keys vom linken Frame. Deswegen habe ich das Ding hier L genannt. Das ist das linke Frame, also linkes Data-Frame. Und die anderen werden weggeschmissen. So, das bedeutet, wir ersetzen alles. Also, wir nehmen quasi das, was wir bei Inner-Join hatten. Und das, was wir hier mit NAN ersetzen könnten, das nehmen wir auch noch dazu. Das heißt, die ID wird auf 2 gesetzt. Ja gut, aber dann muss die ID 2 auf 1 gesetzt werden. Und dann ignorieren wir einfach diesen Teil hier, weil das ist der Wert, der uns im Weg ist. Und die ID 1 auf 4 zu setzen, das kommt für uns gar nicht in Frage. Das ist hier nur bei rechts dabei. Und das schmeißen wir einfach raus. So, bei Right-Outer-Join passiert genau das andere natürlich. Wir nehmen die Werte aus dem zweiten Data-Frame und ergänzen die, die vielleicht im ersten Data-Frame fehlen. Das heißt, da, wo die Keys für uns auch nicht in Ordnung sind. Ist klar. Okay, und das ist ja schon mal relativ flexibel. Das heißt, ihr könnt das so anprobieren, wie ihr quasi wollt. Und wenn man jetzt damit automatisiert arbeitet, dann kann es mal vorkommen, dass man vielleicht ganz gerne wissen möchte, wo habe ich denn hier Mist gebaut. Also, nehmen wir jetzt mal hier wieder unseren Outer-Join dazu, damit wir mehr NN-Werte haben und sagen hier mal folgendes. Okay, ich hätte ganz gerne einen Indikator. Ich baue mir meinen Indikator, damit ich Bescheid weiß, wo eigentlich der Mist passiert ist. Äh, wo? Ne, wir sagen hier einfach mal Indie dazu. Okay, Indie wird nicht erkannt. Okay. So, ähm, weiß nicht, warum man mir das hier jetzt sagt, aber das Tolle ist, ähm, unsere Spalte Indie ist jetzt einfach was, was hinzugefügt wurde. Und hier sehen wir, was genau eigentlich passiert ist. Also, wenn Both hier steht, also wirklich der Wert Both, also als String, dann wissen wir, es ist in beiden der Wert vorhanden gewesen. Also in beiden Tabellen, in unserer Tabelle links und in unserer Tabelle rechts, das heißt, wir haben beide genommen. Wenn hier steht Left Only, dann haben wir NN-Werte drin und zwar die, die im Right DataFrame gewesen wären. Die wurden einfach mit NN ersetzt und bei Right Only haben wir natürlich NNs, die hier in unserem linken DataFrame ersetzt wurden, weil eben nur die Werte im rechten DataFrame vorhanden gewesen wären. Okay, und damit haben wir sozusagen die Information hier mit reingespeichert in unser DataFrame. Klar, kann stören, aber wenn ihr zum Beispiel hier durchiterieren wollt, dann habt ihr hier eben die drei Fälle und, ähm, vielleicht bringt euch das in diesem Fall was. Ähm, vielleicht ist jetzt bei euch so ein bisschen, hm, aber warum brauche ich denn eigentlich so viele Keys hier? Ähm, und das kann man tatsächlich auch umstellen. Wir müssen nicht auf gegebene IDs zum Beispiel oder gegebene Keys joinen, sondern wir können hier auch ganz einfach hergehen und sagen, hey, wir hätten ganz gerne eigentlich ein Joining auf die Indizes. Also, das heißt, auf diese 012345, die haben wir beide hier. Also, da ist 012345, wir haben nichts umgestellt. Deswegen ist es halt einfach der Standard von den, ähm, von den Indizes. Und wir können da drauf auch joinen. Wir sagen einfach, links benutzt bitte den Index, ja. Und rechts benutzt bitte auch den Index, das können wir hier so einstellen, wenn wir das wollen. Wir könnten sogar hergehen und einmal nicht den Index benutzen, einmal den Index benutzen, ähm, und dann halt quasi drauf joinen. Also quasi sagen, hey, das ist der Index vom anderen, benutzt den. Ähm, das würde auch gehen, indem wir hier natürlich eins auf True stellen, eins nicht auf True stellen. Hier sehen wir 0123, ähm, das ist halt der Standardindex, das ist Element 0, zieht sich durch, 1, 2 und 3. Und hier auch 0123. Also, wie gesagt, wir können hier aber auch hergehen und sagen, ähm, bitte benutzt bei links den Index, 0123. Und rechts benutzt mal bitte hier die ID. Ähm, also, WriteIndex setzen wir mal auf False, ähm, dann könnten wir... Also, ich meine, WriteIndex ist standardmäßiger False, deswegen können wir das auch weglassen. Dann können wir hier schreiben WriteOn. Alternativ gibt es natürlich auch den LeftOn, ja, klar. Also, wenn ihr da drauf irgendwie joinen wollt, WriteOn, da wollen wir joinen. Auf, was wollen wir joinen? ID. Ja, ähm, und so könnt ihr quasi sagen, okay, diese Spalte, ähm, ja, gut, ups, das sollen natürlich nur eine sein, ist klar. Ähm, ähm, ah, natürlich. Und das Problem ist jetzt hier, ich habe, äh, Strings ausgewählt. Das sollte ich in diesem Fall tatsächlich mal rausmachen. Die müssen natürlich denselben Data-Typ haben, sonst können wir die nicht mergen. So, ähm, aber wenn wir hier jetzt zum Beispiel 0124 haben und hier oben benutzen wir den Index, dann sehen wir hier, okay, wir können das mergen miteinander und wir bekommen halt, ähm, joa, große Tabellen raus. Ähm, aber es funktioniert auf jeden Fall. Also, wir, wir joinen die aufeinander drauf. Es wird noch ein kleines bisschen mehr gemacht hier. Achtet bitte darauf, ähm, wir haben hier oben den Index, ähm, reingetan, 0123 als Zahlen, ja, also quasi das, was ID wäre, haben wir hier als Index drin stehen. Wenn wir jetzt allerdings auf den Index hier joinen, dann kommt das dabei raus. Und ihr seht hier unten, dieses NAN könnte ein bisschen schwierig werden. Ähm, wir haben gesagt, links wollen wir den Index benutzen, das wäre hier das da. Und rechts wollen wir diese Spalte benutzen, das wäre das. Ähm, und da kommen dann vielleicht teilweise mal seltsame Werte raus, ähm, denn wir haben hierfür keinen Index, ja. Das Ding hier, also die letzte Spalte hat Index 3. Ähm, aber wir haben hier eine 4 bei der ID. stehen und deswegen haben wir hier natürlich auch bei der ID das versucht so zu machen. Also 0124. Also das ist quasi der Wert hier unten, der sich bis hier durchzieht. Aber für den hier haben wir keine, äh, kein Index in dem Sinne. Ähm, und naja, unsere ID haben wir einfach von hier oben übernommen, weil wir hier natürlich mit 0123 anfangen. Und links den Index, also das hier hat den Index genommen. Hier haben wir eben diese Spalte ID genommen. Das heißt, die 3 wird hier quasi einfach genutzt und es werden die Werte aus dem linken eingetragen. Und aus dem rechten kommen natürlich überall NRNs dazu. Ähm, aber Achtung hier vorne eben, die Indizes haben sich hier komplett kaputt gemacht. Die müsste man erstmal neu reparieren. Das geht natürlich, ähm, aber ja, das kennt ihr ja schon aus anderen Videos. Okay, ähm, und in dem Sinne können wir das natürlich so hin und her jonglieren, wie wir wollen. Wir können hier links den Index benutzen, rechts nicht. Wir können rechts den Index benutzen, links nicht. Äh, wir können mehrere Spalten auf mehrere Spalten joinen. Ähm, wir können quasi alles miteinander vermischen. Ah, und vielleicht zu guter Letzt noch, ähm, wir können natürlich hier auch sortieren, ja. Wenn wir das, wenn wir das wollen. Wir können hier einen Sort gleich True anfügen. In dem Fall wird das wahrscheinlich nicht so ohne weiteres, ähm, was ändern. Aber, ja, wir können theoretisch sortieren. Wobei, ähm, man natürlich auch irgendwie immer dazu sagen muss, wie man sortieren möchte. Aber das habe ich ja, glaube ich, woanders schon gezeigt. Von dem her, ich glaube, hier macht das nicht wirklich Sinn. Ähm, nochmal ganz kurz zu dem, ähm, Index reparieren sozusagen. Wenn wir das Ding hier haben, wie gesagt, der Index hier vorne ist auf NAN und es sind Float-Kommazahlen. Ich würde das so nicht stehen lassen. Ich würde hier immer danach den Reset-Index aufrufen. Ähm, der kleine Call kann euch hierbei schon helfen, um hier die Indizes wieder normal zu haben. Dann habt ihr halt noch eine Spalte mehr, die sich Index schimpft. Die könnt ihr von mir aus dann auch einfach wieder rausschmeißen. Aber ihr habt hier eben den Index, der hier einigermaßen normal ist. Ihr könnt natürlich auch sagen, ey, ID ist der Index. Äh, geht auch. Aber ich glaube, so ist es eigentlich relativ angenehm. Und ja, wenn man das so macht, also einmal links den Index, rechts nicht, dann hat man natürlich sehr viele Spalten, die man eigentlich nicht braucht. Auch in unserem Fall werden das alle Spalten, außer eben vielleicht A und B und C und D. Ähm, aber gut, ID 2 hätte man ja dann normalerweise ignoriert. Ähm, und ja, die hier gäbe es auch nicht. Also, ihr seht, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten hierbei. Im Normalfall sollte ich hier auf jeden Fall für jeden was dabei gewesen sein. Und wie gesagt, ansonsten, wenn euch noch was fehlt, könnt ihr mir A immer schreiben und B könnt ihr natürlich auch einfach die Data Frames vorher so bearbeiten, dass es für euch passt und danach joinen. Ähm, das geht natürlich auch immer. Okay, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.